Hallo zusammen, ich bin Euron, das ist der David E. Wir sind KV-Lernende bei Mayer Tobler. Heute zeigen wir euch unseren Lehrbetrieb wie auch unsere spannenden Aufgaben. Momentan bin ich neu bei der Kreditorenabteilung und für Buchrechnungen, die wir bekommen. Und ich freue mich auf die neue Herausforderung. Ich bin aktuell in der Abteilung Klima. Da darf ich Techniker disponieren, mit Kunden Termine abmachen und bei grossen Projekten mithelfen. Wir Lernenden wachsen alle sechs Monate durch unsere Abteilung. So bekommen wir einen sehr grossen Einblick in die Firma. Uns erwarten jeden Tag verschiedene und spannende Aufgaben. Wie zum Beispiel Sitzungen führen, wie verschiedene Events helfen und interne Schulungen organisieren. Wir sind ein grosses und cooles Lernender Team und haben einen sehr guten Zusammenhalt. Wir unterstützen und helfen uns gegenseitig und sind Tag für Tag motiviert. Jedes Jahr haben wir ein Lernende-Event und Projekte, wo alle Lernenden mitbeteiligt sind. Zusätzlich übernimmt Meier-Tobler unser Schulmaterial. Wenn auch im Team von Meier-Tobler sein willst, dann muss kommunikativ, eine offene Person und interessiert am Beruf wie auch unsere Firma sein. Haben wir das Interesse gewagt? Wenn ja, bewirb dich doch bei uns. Wir freuen uns auf dich. S S S S S Untertitelung des ZDF, 2020